Hallo, hier ist Jutta vom Shoppingkanal. Heute gibt es nochmal 50% auf alle Produkte aus dem Shop von Jesper Nielsen. 50% Rabatt, das gilt bis morgen, Sonntag, den 14.02. Wenn ihr noch ein Geschenk zum Valentinstag braucht, dann schaut einfach mal hier in den Shop von Jesper Nielsen. Und noch etwas, eine Aktion, die im Februar gilt. Wenn du Interesse hast, auch Schmuck zu verkaufen, dann klicke hier oben auf Botschafter werden, wähle das Land aus, fülle die Registrierung aus und gehe hier unten auf Junior Lizenzpaket 0 Euro. Das klickst du an. Dann bekommst du deinen eigenen personalisierten Online-Shop und du bekommst für jede Bestellung in deinem Shop Prozente. Du kannst dir hier also ein gutes Einkommen aufbauen. Das wollte ich dir heute zum Valentinstag, der ja morgen ist, nochmal sagen. Und heute im Shop zeige ich dir was ganz Tolles. Du gehst, Moment, das dauert immer einen Moment, du gehst hier unter Charmes. Da, die tollen Charmes. Schau sie dir an. Love, Drop, Gold. Alles 50% reduziert heute. Wenn du also ein tolles Armband hast, wenn nicht, kannst du unter Armband dir auch eins aussuchen. Und dann kannst du hier die, das zum Beispiel, das Hard Love in Gold für 50 Euro. Schauen wir uns doch mal näher an. Guck mal. Die Steine sind Zirconia. Und das Material ist 18 Karat Gold, platiniert, Sterling Silber. Ist das nicht schön? Das ist doch ein tolles Charmes. Das wäre doch ein tolles Geschenk. Jetzt noch zum Valentinstag. Wir haben auch was für die Herren hier. Banschettenknöpfe. Da haben wir die 5 zur Auswahl. Wenn dein Schatz Manschettenknöpfe liebt, dann kannst du hier die hier, die Manschettenknöpfe. Plain Trinity, 28,57. Rostfreier Stahl. Sehen immer schick aus. Schaut mal. Sehen immer gut aus. Zeitlos, klassisch und schick. Aber ist das nicht eine tolle Aktion? Alles 50% reduziert. Bis morgen noch. Stöbert mal in dem Shop. Ihr werdet bestimmt fündig. Irrkaufs, Sonnenbrillen, wenn die Sonne jetzt wieder anfängt stärker zu scheinen. Und wenn ihr eine passende Verpackung sucht, dann geht ihr in meinen Textilshop, hier unter Sortiment, Baumwoll und PP Taschen. Und dann geht ihr hier unter Baumwolltaschen. Da findet ihr die normalen Baumwolltaschen. Hier habt ihr auch die Apothekertaschen. Ist auch in vielen Farben. In blau, in türkis, in rot, in weiß, in gelb und natürlich in schwarz. Die sind 22 x 26 cm, ist Ökotex und 100% Baumwolle und die kosten 70 Cent, das Stück. Es gibt die aber auch in Naturfarben. Da müsst ihr nochmal zurückgehen und ein bisschen weitersuchen. Da ist die Apothekertasche in Natur. Da ist sie dann auch günstiger. Aber ich wollte euch hier diese kleinen Zuziehbeutel zeigen. Der ist 10 x 14 cm, auch Ökotex und 100% Baumwolle. Und kostet 48 Cent. Das ist immer eine ganz tolle Verpackung. Und ein ganz besonderer Tipp, wenn ihr jetzt schon wieder an das nächste Jahr Weihnachten denkt, die kann man auch sehr gut als Adventskalender-Säckchen nehmen. Könnt ihr schön bemalen oder bekleben. Ist immer eine schöne Geschenkeidee. Könnt ihr toll verpacken. Die gibt es auch noch ein bisschen größer. Ne, Moment, das war der 10 x 14. Das war der 10 x 14. Die gibt es auch noch in der mittleren Größe. Hier ist er. Da ist er 17 x 20 cm. Ist ein bisschen größer. Und er kostet 52 Cent das Stück. Ja, könnt ihr jetzt schon an Weihnachten denken. Und dann komme ich noch zu der neuen Broschüre von Arvon. Die zeige ich euch mal. Die gilt jetzt ab März 2021. Da könnt ihr schon mal eine Vorauswahl treffen. Zeige ich euch mal die Broschüre. Hier das Parfum. Das ist ein Set. Das Set enthält Ohne Parfum. Und eine Körperlotion. Und ein Taschenspray. 20,99 Euro. Die drei Teile. Und das Ohne Parfum kostet 17,99 Euro. Also alles drei zusammen im Set ist natürlich günstiger. Die Bestellnummer steht immer hier drin. Hier oben. 51433 bei dem Set. Das ist ein Herbst. Glaube an dich. Selbst ist deine innere Kraft. Schreibe deine eigene Geschichte. Der Schal ist doch toll. Für 3,99 Euro. Könnt ihr einfach dazu bestellen. Das gilt jetzt ab März. 135 Jahre Arvon. Na, da haben die sich was einfallen lassen. Hier Hautöl für Gesicht und Körper. 29,99 Euro. Stöbert einfach mal durch. Hier die Lippenstifte. Tolle Farben. Für 6,29 Euro. Das spart ihr jetzt 37 Prozent. Der Kurs hat auch 6,29 Euro. 5 neue Farben fürs Frühjahr. Nagellack. 3,99 Euro. Das spart ihr 50 Prozent. Da gibt es auch 3 in 1. Unterlack mit Farbe und Überlack. Für 3,99 Euro. Dann haben wir hier die Sonderedition Lieblingsserie mit Kokosöl. Körperpflege mit Kokosnussöl. Ab 1,89 Euro. Das ist hier links. Die Tube. Und als große Bodylotion. 750 Milliliter kostet 6,29 Euro. Dann Haarpflege. Wieder Parfum. Yves. Das müsst ihr ausprobieren. Ihr bekommt ja mit jeder Bestellung immer ein paar Produktproben. Die werden immer kostenlos mitgeliefert. Dann Wimperntusche. Die ist auch toll. Mascara für 6,59. Das ist ein tolles Bürstchen. Dann Make-up. Anti-Aging-Creme. Mit Goldschimmer. Die ist luxuriös. 14,49 Euro. Und hier Düfte. Könnt ihr euch nach Herzenslust Düfte aussuchen. Ist auch noch eine Geschenkidee. Mascara mit Eyeliner. Hier eine Geschenktasche. Wenn ihr Geschenktaschen braucht, die könnt ihr ab 2 Euro bekommen. Die kleine. Die mittlere dann 3. Und die große Geschenktasche kostet dann 4 Euro. Und hier ist ein Bonus. Wenn du Produkte im Wert von 15 Euro aus der Broschüre kaufst, bekommst du einen Bonus. Ein Produkt zum Superpreis dazu bestellen. Pro Einkauf im Wert von 15 Euro aus der Broschüre. Ein Duftset für nur 24,99 Euro dazu bestellen. Beim Einkauf von 15 Euro. Und das sind parfümierte Bodylotions für 3,59 Euro. Das ist doch auch mal schön, wenn der ganze Körper duftet. Hier noch jede Menge Düfte. Das sieht doch toll aus, der Fakon. 17,99 Euro. Das ist ein Wow-Angebot. Ja, stöbert einfach mal durch. Hier sinnliche Düfte. Für sie und für ihn. Die Broschüre ist riesig dick. Die hört gar nicht mehr auf. Könnt ihr nach Herzenslust stöbern. Und schreibt euch die Bestellnummern auf. Den Preis dazu. Und dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Oder einen Kommentar hier bei YouTube. Und dann sag ich euch meine Bankdaten. Oder ihr könnt auch per PayPal bezahlen. Und dann schicke ich euch die ganzen Sachen. Das ist immer aktuell hier in der Broschüre. Mal gucken, was es dieses Mal für Schmuck haben sie doch sonst auch immer. Schlüsselgene aktivieren, um deine Haut jünger aussehen zu lassen. Ja, das ist doch mal was. 21,99 Euro. Gesichtsmaske für 5 Euro. Kann man testen. Straffe Haut. Für die Augen. Augenfalten. Antifaltencreme. Ich verlinke euch die Broschüre hier. unter dem Video. Dann könnt ihr direkt reinschauen. Hanföl. Musst nochmal zurückklicken. Da war ich zu schnell. Das ist doch toll. Aus Hanf. Die Produkte sind super. Die kann ich euch nur empfehlen. Für ihn gibt es auch Eichlich. Da könnt ihr euren Mann fröhlich stimmen. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Hier gibt es noch wieder Make-up. Make-up. Wie viele Seiten hat denn die Broschüre? 242. Das ist ja Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Was Avon sich immer einfallen lässt. Also wenn da nicht fündig wird, dann weiß ich es auch nicht. Hier zum Beispiel für die Lippen. 1,69. Lippenbalsam. Mit Geschmack. Beere. Honigtau. Und Erdbeere. Jetzt kommt es zu dem Schmuck. Das ist allerdings hier nur Modeschmuck. Bei Jesper Nielsen gibt es echt Schmuck. Hier bei Avon ist nur Modeschmuck. Eine schicke Tasche. Die Uhren. Das ist Modeschmuck. Aber sieht auch sehr schick aus. Für 10,99. Zwei Ohrringe und die Kette. Auch Mode. Bleistiftkleid. Jetzt fürs Frühjahr. Die sind auch toll. Die Leggings. Jeggings. Für die Kleinen. Neue Schlafanzüge. Da an die Schals. Schals sind immer gefragt. Hier ist ein Keb. Hier unten ist noch ein Schal. Ohrstecker. 11,99. Da könnt ihr richtig zuschlagen. Könnt ihr jeden Tag einen anderen Ohrring tragen. Ohrringen. Drei Paar Ohrringe. 8,99. Es ist Metall aus unterschiedlichem Finish. Jede Menge Schmuck. Und hier ist das Outlet. Das sind Artikel, die auslaufen. Da müsste er schnell sein. Das kann durchaus sein, dass die dann auch mal nicht mehr lieferbar sind. Also wie gesagt, die Bestellnummer aufschreiben, den Preis dazu und mir eine Nachricht senden. Dann bestelle ich das für euch. Wohltat für Moodle Muskeln. Fußmassage. 7,99. Das ist doch auch toll. Für morgens im Bad. Will jetzt nicht jeden einzelnen Artikel durchgehen. Aber die Serie ist auch klasse. Ein Set für nur 9,99 Euro. Und jetzt kommen wir zu Körper und Haare. Für die Tagespflege. Für Kinder. Für Damen. Für Herren. Für jeden was dabei. Für müde Füße. Fußpflege. Spreys. Duschgel. Hier. Jedes Produkt für nur 1,39 Euro. Und auf der linken Seite für 2,39 Euro. Das sind doch Preise. Und hier kannst du dir noch den Lieblingsconcealer kaufen. Für 3,49 Euro. Wie gesagt, ich verlinke euch die Broschüre. Und dann könnt ihr euch in Ruhe. Moment. Gehen wir zum Anfang. Die gilt vom 1.3. bis zum 31.3. Also wenn ihr euch jetzt in Ruhe was raussucht. Dann bekommt ihr das direkt im März. Und wo wir gerade dabei sind. Und wo wir gerade dabei sind. Und Hygiene. Es gibt hier in meinem Textilshop auch Masken mittlerweile. Seht ihr. Jede Menge Masken. Braucht ihr nur oben im Suchfeld Maske eintragen. Da sind die medizinischen Masken. Ja, FFP2 Maske haben sie glaube ich noch nicht. Aber die medizinischen Masken. Kosten 18,12 Euro. Sind. Muss ich mal gucken. Ist eine 50er Packung. Also 50 Stück für 18,12 Euro. Das ist ja auch kein Preis. Ja gut. Das war's für heute. Ich melde mich wieder. Bis dann. Tschüss.